Nur Dahlmeier überzeugt. In einem verwehten Staffelrennen konnten die deutschen Beatletinnen nicht an die Erfolge der Vorrennen anknüpfen. Gold sicherte sich das Quartett aus Weißrussland. Nach der Pleite im Weißlern-Mix zeigt auch die deutsche Damenstaffel Nerven. Bei starkem Wind müssen drei Läuferinnen in die Strafrunde, trotz Aufholjagd reicht es nur zu Platz 8. Schon wieder ein Weißlern-Drama, schon wieder keine Staffelmedaille, die hochfavorisierten deutschen Frauenumschlussläuferin Laura Dahlmeier sind bei Olympia nach einem Fehlschussfestival überraschend erneut leer ausgegangen. Das Quartett in der Besetzung Franziska Preuß, Denise Herrmann, Franziska Hildebrandt und Dahlmeier musste sich bei schwierigen Windbedingungen nach drei Strafrunden und elf Nachladern mit dem enttäuschenden 8. Platz begnügen. Der Olympiasieg bei den Winterspielen in Pyeongchang ging am Donnerstag an Weißrussland, Silber und Bronze holten Schweden und Frankreich, Wir haben in den letzten vier Jahren unheimlich viele gute Staffeln gezeigt, aber jetzt hat es nicht geklappt. Das ist natürlich schade, aber es ist, wie es ist, sagte Dahlmeier, es ist für uns alle keine tolle Situation, es ist keiner zufrieden und happy. Das muss jetzt jeder für sich selbst verarbeiten und daraus lernen. Deutschland, das nach vier bei sechs Kilometern mit 53,9 Sekunden Rückstand ins Ziel kam, verpasste wie schon 2014 in Sochi eine Medaille. Vor vier Jahren hatte es in Russland nach einem ähnlich schwachen Rennen nur zum elften Platz gereicht. Für Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier und Co. ist das Ergebnis besonders bitter, da sie in den vergangenen 8-Staffel-Rennensaison übergreifend sieben Siege gefeiert hatten. Dazu zählt auch der Triumph bei der WM 2017. Gleich beim ersten Schießen nahm das Drama seinen Lauf, Preuss hatte Probleme. Sogar eine Disqualifikation stand zwischenzeitlich zur Debatte, weil die 23-Jährige mit einer Patrone im Lauflos gelaufen seien und damit gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen haben sollte. Das hat mich richtig aus dem Konzept gebracht, sagte sie. Sie habe gedacht, dass ihr vierter Schuss daneben gegangen sei, deshalb habe sie nachgeladen. Die Patrone war sie direkt auf der Matte wieder losgeworden. Verunsichert kam Preuss zum zweiten Mal an den Schießstand. Nach dem Stehendanschlag musste sie in die Strafrunde. Ich habe meinen Kopf nicht mehr klar gekriegt. Es tut mir wahnsinnig leid. Mit einer Minute Rückstand ging die ehemalige Langläuferin Hermann als zweite Läuferin auf die verschneite Strecke, über die phasenweise heftige Winde wehten. Die Sechsin holte auf, arbeitete sich nach einem perfekten Liegenschießen auf Rang 8 nach vorne, und musste dann selbst auch in die Strafrunde. Es war von Anfang an extrem schwierig. Man wusste überhaupt nicht, wie man treffen soll. Das macht keinen Spaß am Schießstand, sagte Hermann. Aber ich will es nicht auf die Bedingungen schieben. Auf Rang 12 übergab Hermann mit einst Doppelpunkt 34,8 Minuten Rückstand auf Hildebrand. Auch die 30-Jährige musste bereits nach dem ersten Schießen in die Strafrunde und lag jenseits der Top-10. Schlussläuferin Dahlmeier, die Deutschland in der Vergangenheit schon zu zwei WM-Titeln geführt hatte, machte es dann besser. Mehr als leichte Schadensbegrenzung konnte die Ausnahmeläuferin jedoch nicht mehr betreiben. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Sichtseite Servium